hallo und herzlich willkommen zu unserem meinem ersten let's play auf diesem neuen kanal redone mit meinem kollegen black devil lp hallo ja hallo meine liebe leute herzlich kommen auch zu meinem ersten video nämlich beginnen wir schon mit einem mega projekt eigentlich genau take it skyblock aber nicht alleine nein wir sind schon mit mit ihm wir haben ein server gemacht zuerst probleme gehabt einen tag lang aber jetzt sind wir dran jetzt funktioniert alles und ich würde sagen dann mache ich mal kurz den kommst du mal die in den bauer bauen und schauen um sampling kommt ja auch in fliegel ich habe eine erde geklaut du bist ein nigger und nein das ist nicht genug lang warte müssen das macht keinen scherz einfach keinen scherz machen ja ja sonst sind wir am Arsch ich weiß so Wasser und jetzt müssten wir hier Lava hin machen aber das wird ja schwierig ja es geht auch mit zwei lang das habe ich gestern ausprobiert es geht auch mit zwei ich bin ganz aufgeregt bei wegen diesem neuen projekt weil es wirklich ein hammer projekt wir haben schon bei kev geschaut und er ist ein hammer projekt was ist ich muss mal hier noch kann du mir mal bitte ein bisschen holz geben ich muss mir eine spitzhacke machen sonst kann ich den ja ja das ist ja das reicht ich hab's gut das heißt das ist wieder gefroren das wasser ne wirklich warte ich war schon ab ne egal ist egal ist egal also dass das hier rein und jetzt machen dann machen wir mal zuerst holz er macht es mal eine wolken bergert stimmt denn die sich die wirklich mensch ab ja logisch alles vergessen ja habe ich aber du brauchst noch ein allein gut dann machst du dann wir haben das für einen Aten und am Klang sind direkt jetzt sicher mit das haben geschieft was jetzt noch was noch ein ganz nein ist gut ich kann es dir was mich ich war ich bin jetzt fast runtergefallen ihr habt das jetzt nicht gesehen weil ich gerade in der weil ich dann in der workingbench bin aber er hat mich er hat mich ganz knapp runter gestoßt also nicht eben nicht aber wirklich ganz knapp ich lege mal mein holz in die kiste so das kommt da das kommt da so und Achtung es geht los machst du ich mache mir auch mal noch so jetzt gehe ich mir einen stein aber ich kann mir machen warte ich mache mir kurz eine ich kann die die holz geben okay warte hier du plünen ich schalte es ist ein bisschen komisch an wo ich dachte schau ich hab dich hier mit dem mit auch die fein angeschaut und du bist so ich dachte ist hinter dir ja hast du es gut dann geht's los ich bin jetzt geht's richtig schnell bis die wieder also fast so richtig schnell der sie legen lässt einfach nicht der will nicht wachsen dieser kleine wixer ich muss ich habe hier ist man ich dachte schon irgendwie nochmal schön ich habe ihn abgebaut ich wusste nicht dass er mit einem schlag weg geht das hat er gesehen das ist fast runter gefallen ich habe ihn abgebaut ich wusste nicht dass er gerade mit einem schlag weg geht und dann ist er fast runter gefallen machen wir heute hast du noch stein stein ich habe zehn steine wie viel brauchst du 2 hier geht es ja um den EMC wert also um solche werte ja wir können ja danach der cheat machen was zieht ja nein kein cheat folge 1 was für ein cheat nein du kannst grasen oder zu es werden immer mehr wenn du zu stone slaps die machst ja ja also cheat das ist ja kein cheat das ist einfach ein kleiner leer also ja ja eben wie auch cobblestone generator ist ja auch nicht äh ich sag jetzt was soll ich nur machen nein du hast den stein geklaut nein habe ich nicht ja doch gib mir den stein in meine hütte ja 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 mach mir machst du jetzt das bitte mit dem ich ähm mach das mit dem nein ins lauer nein aber hier unten ich habe aus Versehen was gebaut gut das ist nicht so schlimm weil es ist immer noch gleich nein geh weg geh weg geh weg ich baue gut nämlich finde ich dass ich dachte ich wollte zu ich wollte zuerst decket skyblock alleine machen aber dann ist mir eingefallen komm es macht viel mehr spaß wenn ich das jetzt mit jemandem anderen youtuber noch zusammen mache achtung dort irgendwann ich mache mal 20 jetzt habe ich 20 genau 20 gobel stones dann machst du mal die stone slabs und macht das macht oh wo ist das so raus aus dem wasser rausspringt ich baue da mal auf und fange ich ab oh oh das hat schön in ihrem ziel nein 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 marble was ist denn marble das habe ich fuck bei mir geht es immer ins lauer ja warte 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 wie kann ich jetzt schon wieder ja 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 ich brauche das das brauche ich leute warte oven nein so ich habe vier schienen ja ja melonen samen hast du melonsamen warte nein jetzt kann man melonen machen wir noch die stone hole die ähm zum melonen kerne damit wir dann auch richtig pflanzen können die erste melonen kerne achte ja genau die muss ich noch machen wie wie macht man die ähm ein holz ja nein ein holz ist die workingbench du vollidiot nein das macht hier oh fuck fuck ich brenne ich brenne ich brenne ich brenne ich brenne oh fuck fuck alter er ist gerade er ist gerade gebrennt gebrennt aber ich glaube du musst dann noch was rausschneiden ja man soll nicht einfach weg hier und weizen was machst du ja ich weiß es ist abgeworfen es ist wieder zu dass wir einem zugefroren und dann ist alles wieder dumm da hat alles anfang zu brennen alles ich brauche jetzt 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 genau wo wir es nicht haben bräuchten wir dringend und die erste und die erste Mellon sammeln und nur 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 ich hätte gerade noch ein oh nein was ist das hier busch 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 so ist der scheiß oh oh schau mal schau mal oh 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 ja ne mach mach emc schau mal wie viel emc die haben warte ich mach ja das größte ist der wasser einmal der hat am meisten emc ja aber ich mache so ich was für mich machen so dass ich schon mal wie viel ich da machen kann oh warte wenn ich mich nicht ich diesen noch drauf ja jetzt schon ja ich kann ich kann schon so viel wir können schon so viele sachen da gibt es variationen tausende von variationen was ist wenn ich das rein oh noch schöner noch schöner schau mal ich habe ich jetzt haben wir grad und kaffee verloren aber naja wir haben eine ausenspülle was macht nein die nirgendwo ist wo hast du die laver einmal ich habe mir ich habe ich habe wieso ist dann das laver weg du hast es ja weg gemacht ich habe ich habe aber wo hast du es als du du hast du musst es ja nicht nur die ein block ja logisch wenn das laver dort ist und geht das weg hey aber nein der ist einfach weg gegangen aber ich denke den dürfen wir uns erscheinen ja ja wenn er ist der ist ja ganz einfach ein namen muss laver ja ja na aber so warte 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 setzen noch nicht setzen ja ja ich mach noch ähm weil leute ich habe wirklich gesehen hat nur ein block hingesetzt und dann ist da ähm einfach so warte warte noch ich eben noch mal saving level mach du auch das wäre das geschehen lava ja super jetzt müssen wir aber noch das da abbauen und da auch so ich mache hier ich gehe rein türe ich habe eine eisenspitzhacke ja jetzt geht jetzt läuft jetzt läuft ja warte ich gehe mal da oben wenn eins reinfällt ok dann gehst du so das zieling ist gewachsen was wir haben wieder holz äh nein ich bin geh weg ja geh weg mach du mal die ähm ja ich hab noch eine holz mit dabei scheiße gut ich mache gleich noch mal ein sampling da also wenn einer kommt und wir machen das so wenn wir sterben dann dürfen wir einfach die sachen nicht mehr aber wir dürfen trotzdem noch weiter spielen das machen wir bei uns so also sachen dürfen wir uns nicht entscheiden da muss der andere irgendwie geben oder so aber wir dürfen dann noch weiter spielen wenn sie der wenn ich jetzt bei dir bin und du stirbst gerade und ich saune dann alles ein ja genau wenn er dann was für mir hat oder vorig führig 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 hat führig hat ja ja wow wow was machst du alter nein ist das gut hier ja das funktioniert ja 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 gut ich hole nur ein bisschen dass wir ausbauen können weißt du okay hole ich ein bisschen erde juhu und du wie viele steine hast du ich habe sie acht steine ich habe jetzt 21 und fünf 21 ah das ist schon mal gut das ist schon mal sehr gut 17 erde ja was sagst du können wir echt was denkst du uuuh 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 das sind nichts gerade ich bin runter gefallen wirklich tschüss mit tschüss mit tschüss mit und ich hatte einen eisenspitzhack aber gut oh nein 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 du hättest nein wieso bist du so dumm nein was machst du jetzt will ich nein wie lange sind wir eigentlich schon nochmal aufnehmen weißt du das gerade ja 14 minuten 14 minuten ok also ich würde sagen diese folge ist mal beendet nicht gerade gut gestartet aber äh das wird schon noch ja tschüss ja also ich hoffe euch gefällt das projekt dann bis zum nächsten mal ciao 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 ciao